Das war er und da wurde ja dein erstes Buch beworben und es gibt ja schon das nächste und wir sagen ja immer so schön, woraus lernt man am besten? Aus Fehlern und zwar aus Fehlern von anderen. Perfekt. Julia darf noch mal die Werbefläche machen, das ist unsere schönste Werbefläche hier. Genau. Mach ich doch gerne und ich kann ja auch schon auf dem Kopf lesen, eine Baufinanzierung 88 Fehler. Exakt, ja und da habe ich im Grunde jetzt mal die die schlimmsten Fehler zusammengestellt, das sind auch manchmal nur Kleinigkeiten, aber wenn sich eben mehrere Kleinigkeiten summieren, dann geht es eben bei normalen Menschen mit normalem Einkommen, mit normalen Vermögensverhältnissen, da entscheidet sich dann eben, ob die Bank Nein sagt oder Ja sagt oder wir können uns das grundsätzlich vorstellen und das haben wir heute noch mal wieder vorbereitet für die Zuschauer, gibt es heute wieder für 99 Cent im Download bei dem großen amerikanischen Anbieter. Schön als E-Book und dann auch demnächst bald auch als Buch zu erhalten. Als Taschenbuch, genau das ist in der Pipeline in der Arbeit. Sehr gut. Hallo jetzt! Untertitelung des ZDF, 2020